Was dann willst du machen? Ich hab ne Idee. Sau. Schneller! Doof. Umgangssprachlich für einfältig dumm. Wie ist der Nachname? Ich guck mal nach. Der fing mit S an. Suppig. Nein, schuppig. Nee. Vielleicht steht er auf dem Aktenkoffer drauf. Oh ja! Da steht er ja. Samsonite. Da war ich ja voll daneben. Beschränkt. Geistesarm. Schwer von Begriff. Schier, hm? Stimmt genau. Sind das deine? Aha. Echt wahr, alle beide? Ja. Cool. Idiot. Umgangssprachlich für Mensch von geringer Intelligenz. Hey. Wollen Sie mal das gemeinste Geräusch auf der Welt hören? Aufhören! 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 Wenn jeder von Ihnen eine Fliege verschluckt, haben Sie mehr Gehirn im Magen aufhören! Oh, Mann, guck dir den Knackarsch an. Ja, der muss aber viel Sport treiben. Dumm und Dümmer. Mit diesen beiden ist jeder Tag ein Witz. theybe deinen Begriff. Swayo. Neid? 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 Neid. Neid. Neid? Neid. Neid? Neid. 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 Da. Neid. Untertitelung des ZDF, 2020